Bei Ihnen wurde ein Karzinom in der Blase diagnostiziert? Ist es vielleicht schon etwas aggressiver? Muss die Blase eventuell entfernt werden? Oder gibt es vorher noch andere Therapiemöglichkeiten? Welche dies sind und welche vorbeugenden Medikamente man bekommen kann, das erkläre ich Ihnen im folgenden Video. Mein Name ist Kai-Peter Schuster und ich bin Facharzt für Urologie in der Klinik Ammeringen in Köln. Bei ca. 30.000 Menschen wird jährlich in Deutschland ein Blasentumor festgestellt. Bei vielen dieser Patienten finden sich regelmäßig oder auch mal in längeren Abständen wiederkehrende Tumore. Meistens lassen sich diese einfach durch eine Ausschälung beherrschen. Es kann aber sein, dass sich einmal der Tumor weiterentwickelt, also aggressiver wird, oder tiefer in die Blasenwand, also in die Muskulatur einwächst. Manchmal wird ein Tumor auch bei der Erstdiagnose bereits in diesem Stadium erkannt oder man sieht viele kleinere oder größere Befunde. Auch in diesen Fällen muss die Blase noch nicht zwingend entfernt werden. Wenn man regelmäßig zur Nachsorge geht oder regelmäßig zur urologischen Routinevorsorge geht, dann werden diese Tumore in der Regel in einem Stadium entdeckt, das eine sogenannte Installationstherapie möglich macht. Hierfür stehen zwei Medikamente zur Verfügung, nämlich Mitomycin C und BCG, die über einen kleinen Katheter in die Blase eingebracht werden können. Mitomycin wurde eigentlich entwickelt als Antibiotikum, wird heute aber nur noch als zellzerstörendes Tumormedikament eingesetzt und ist ein sogenanntes Zytostatikum. Es wird bei Tumoren mit einem mittleren Risiko eingesetzt und für acht Wochen einmal wöchentlich, anschließend einmal pro Monat angewendet. Bei kleineren Tumoren kann es aber auch unmittelbar nach der Operation installiert werden, was das Rezidivrisiko des Tumors um bis zu 40% senken kann. Das BCG hingegen wurde ursprünglich für die Impfung gegen Tuberkulose entwickelt und löst in der Blase eine Entzündungsreaktion der Schleimhaut aus, was wiederum einen antitumorösen Effekt hat. Der wichtige Unterschied zu dem Mitomycin besteht darin, dass BCG bei Tumoren mit einem höheren Risiko zum Einsatz kommt. Daher wird es zuerst wöchentlich über sechs Wochen appliziert und im Anschluss erfolgt eine Blasenspiegelung mit Biopsien aus der Schleimhaut. Wenn hier keine weiteren Tumorzellen mehr gefunden werden, vergrößern sich die Abstände auf drei Monate und in der Folge auf ein halbes Jahr. Beide Medikamente sind insgesamt relativ nebenwirkungsarm. Selten treten Nebenwirkungen wie zum Beispiel Reizungen und Irritationen der Blase mit Harndrang und Brennen sowie selten auch Entzündungen oder sogar Fieber auf. Mit beiden Medikamenten hat man die Möglichkeit, das Voranschreiten des Blasenkarzinoms einen sogenannten Progress sowie die Rezidivquote, also das Wiederauftreten des Tumors, zu verringern. Welches Präparat für welchen Patienten und in welchem Fall zum Einsatz kommt, muss der behandelnde Arzt in Abhängigkeit vom Risikograd des Karzinoms den Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten im Einzelfall mit Ihnen gemeinsam entscheiden. Sollten Sie also an einem Blasenkarzinom leiden oder sich für eine Installationstherapie bei einem Blasentumor interessieren, dann vereinbaren Sie einfach einen Termin hier bei uns in der Urologie in der Klinik Amrigen in Köln. Wir freuen uns auf Sie!